Soeben hat Apple iOS 17.5 Beta 1 für Entwickler sowie weitere Beta-Software für das Apple TV, für das iPad, für die Apple Watch, für Vision Pro oder auch den Mac veröffentlicht und im heutigen Video schauen wir uns einmal alle wichtigen Neuerungen und Änderungen in iOS 17.5 Beta 1 etwas genauer an. Sollten dich übrigens Videos wie dieses zu neuen iOS Beta Versionen interessieren und das ist mein Kanal genau der richtige für dich, lasst jetzt also gerne kostenlos ein Abo da und wir schauen uns einmal alle wichtigen Neuerungen in iOS 17.5 Beta 1 jetzt etwas genauer an. Beginnen wir zuallererst mit einer kleinen optischen Neuerung und zwar betrifft diese die Podcast App bzw. das Podcast Widget und dieses ist normalerweise in lila gehalten, orientiert natürlich am App-Icon. Wenn wir nun aber hier einen Podcast starten, dann ändert sich das Layout und passt sich entsprechend dem Podcast Cover an, wie in diesem Fall eben mit einem weißen Hintergrund und wir sehen hier eben ein Auto in einem Ton, der eben hier am Ende im Widget ebenfalls dargestellt wird. Das heißt, das Ganze passt sich je nachdem, was ihr am Ende als Podcast abspielt an und das finde ich ist auf jeden Fall eine sehr nette Neuerung. iOS 17.5 Beta 1 bringt eine sehr große Neuerung für Nutzer innerhalb der Europäischen Union und zwar wird es zukünftig möglich sein, Apps auch außerhalb von App-Stores direkt über Safari, Google Chrome oder andere Browser von einer Website herunterzuladen und zu installieren, also echtes Sideloading. Dafür sind dann auch keine Drittanbieter App-Stores notwendig, sondern ihr könnt wirklich auf eine Website gehen, wie hier in diesem Beispiel einmal auf fortnite.com und dann wäre es hier eben zukünftig möglich, dass man die App ganz einfach direkt in Safari herunterlädt und dann eben auf dem iPhone installiert, ohne dass man den offiziellen Apple App-Store dafür nutzen muss oder eben einen Drittanbieter-Store. Allerdings wird das natürlich nicht für jeden Entwickler möglich sein, sondern nur Entwickler mit einer gewissen Größe, die verifiziert und autorisiert sind, bekommen von Apple dann eine API für ihre eigene Website und dann wird es eben möglich sein, dass sie außerhalb des App-Stores Apps zum Download anbieten können und dann wäre es zum Beispiel möglich, dass große Anbieter wie Facebook oder Google oder in diesem Fall auch Epic Games mit Fortnite ihre App eben direkt in Safari oder anderen Browsern zum Download als IPA-Datei zur Verfügung stellen können und diese kann dann eben wirklich auf dem iPhone installiert werden, ähnlich wie wir es zum Beispiel auf einem Windows-Rechner kennen, auf dem Mac oder auch unter Android. Ansonsten bringt iOS 17.5 Beta 1 aber keine wirklich großen optischen Neuerungen, dafür aber einige Fehlerbehebungen und Optimierungen, da gerade mit iOS 17.4 einige Neuerungen integriert wurden, die eben im Code verändert werden mussten aufgrund des Digital-Market-Acts der Europäischen Union und Apple hat hier natürlich dann mit iOS 17.5 nochmal einiges optimiert, einiges angepasst, damit das Ganze auch wirklich zuverlässig funktioniert, sobald dann eben Drittanbieter-App-Stores verfügbar sind. Woran man übrigens aktuell noch ziemlich gut sehen kann, dass iOS 17.5 aktuell noch eine Beta ist, ist in den Einstellungen, wenn ihr einmal in die Batterie-Einstellungen geht, dann seht ihr hier einmal Charging Title und wenn wir hier raufgehen, bekommen wir eben die Option hier das optimierte Laden zu aktivieren, das Ganze auszuschalten oder eben das 80% Limit auszuwählen und hier hat Apple in diesem Fall, in dieser Beta noch nicht die entsprechenden echten Texte hinterlegt, sondern aktuell noch Platzhalter und das kann man hier eben ganz gut an diesem Beispiel sehen, dass wir hier eben eine Beta installiert haben. Was übrigens Banking angeht, habe ich mit iOS 17.5 Beta 1 aktuell gar keine Probleme, sowohl Scalable Capital als auch Trade Republic funktionieren, Finanzguru, aber eben auch die Volksbank-App inklusive TAN und daher gehe ich auch davon aus, dass zum Beispiel die Sparkasse ING-DiBa oder auch N26 ohne Probleme mit iOS 17.5 funktionieren werden. Und damit wären wir dann auch schon am Ende dieses kurzen Infovideos rund um alle wichtigen Neuerungen in iOS 17.5 Beta 1 angekommen und ich hoffe, ich konnte euch einen ganz guten Überblick über alle wichtigen Neuerungen geben. Wenn ihr noch weitere gefunden habt, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut! Vielen Dank! Vielen Dank.